Lass dich mal kurz hören Wir sind jetzt schon 15 Minuten zu spät Wir bedanken uns auch, wer blättert Yo, yo, Freunde, was geht ab, was geht ab Ich bin mega glücklich, Leute Das Albanisch-German-Mash-Up ist richtig geil angekommen Wie angekündigt, haben wir euch auch einen Vlog dazu gedreht Wir haben alle 10 aufgenommen, als die Leute hierher gekommen sind Als wir gesungen haben, als wir gefilmt haben Als wir gelacht haben, gefahren sind, alles mögliche Und haben uns für euch zusammengestellt Das muss ich nicht mehr viel sagen, auf jeden Fall Viel Spaß beim Video und wir sehen uns am Ende des Videos nochmal Bis dann Wie fandst du's? Kann man nehmen, ne? Okay, ja, wir nehmen das Dann machen noch ein paar Drums drauf Dies ist das, wir gucken direkt, ob sich das gut anhört Digga, du hast brutale Nackenhaar, Alter Ich weiß nicht, wann ich ihm sagen soll, Leute, dass das komplette Scheiße ist und dann was Neues machen muss Ich weiß nicht, Alter, ich trau mich, das ist nicht, weil er sitzt schon seit einer halben Stunde da man jetzt Mach mal da noch, guck mal da, wo man diese Spur da einsetzt, ne? Mach das bisschen leiser da, damit dann, wenn ich nach vorne kommt Dass das dann so, weiß ich mal Mir ist alles echt, was du siehst, bleib'n Kriminell In mein Leben hab ich alles schon gesehen Und du redest, ich hab Angst, doch vor wem Bleib'n Kriminell Ja, Mann, das passt Ich sing das aber eh nicht, die Stelle, scheiß doch, das singt Florentina, ich kann das schon Was richtig? Ja, was richtig Ich lerne grad Armenian, ist auf jeden Fall stabil, ich lerne es nur für euch Die fragen mich immer, was bist du denn für einen Landsmann und so, und ich sag dann immer so Türke? Da ist ich korean, weißt? Das sieht man ja auch hier an diesem koreanischen Stil You know what I'm saying, man? You know what I'm saying, man? Ja, fern diese Check-It-Shadow. Tre'gum che sa sa semipa! Tre'gum che sa semipa! Du musst dich koncentrern, der Kollege. Sorry. Jetzt ein Gehirn gesprüht wird. Du lauerst den ganzen Tag da rein, ne? Und dann schnellst du das Buch safe raus, oder nicht? Nein. Das wird ein Sommer-Hit, Leute. Aus dem Lied muss man eigentlich einen Song machen, Alter. Wei, 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 Maschine! Was da los? Drive-By, oder was? Die Straßen Hannovers werden gerade übernommen. Mit dem Opel was? Hä? Opel Corsa, was ist das? Opel Hurricane. Hurricane. Okay, Freunde. Wir sind gerade unterwegs. Wir holen gerade die Fahrlose ab. Als erstes holen wir das Schelsen ab, oder kommen die beiden? Ich weiß es gar nicht. Nein, getrennt. Okay, getrennt. Das wird auf jeden Fall eine entspannte Sache. Florentina kommt um 13 Uhr. Er ist schon um 12 da. Wir sind jetzt schon 15 Minuten zu spät. Wir haben ihm geschrieben, dass wir gerade nach Parkplatz suchen. Bruder, wenn du das irgendwann siehst. Wir waren einfach nur zu faulfrüge genug los zu gehen. Und ich musste noch was tun. Ich bin sehr unorganisiert. Ich bin sehr unorganisiert. Ich gebe zu. Das ist jetzt ein Taxistand. Aber man darf hier, glaube ich. Soll ich einfach kurz aussteigen? Und ihn suchen? Wenn du willst, fahr eine Runde. Und komm wieder rein, weil hinter dir sind Leute. Fahr einmal rum. So Freunde, wir sind jetzt am Hauptbahnhof Hannover. Mega geiles Wetter, Leute. Richtig viel los hier. Er meinte, er steht irgendwo bei diesem Pferd. Was geht's? Alles klar bei dir? Mein Kollege, wir haben da irgendwo geparkt. Ich mache gerade so ein bisschen Vlog. Weißt du, so ein bisschen aufs Chill. Sag an, was geht? Wie war die Fahrt? Super. Durchgehend geschlafen. Killer, okay. So Lambo ist am Start hier. Okay Leute, ich steige jetzt auch rein. Let's go. Okay, worum geht's jetzt? Tschüss, okay. Jobcenter. Klingeln einfach irgendwo hin. Wegen Fenster sieht das Herbes aus. Florentina ist jetzt auch da. Wo ist das? Hi. Ja, bei euch. Ja. Jetzt einmal nochmal zusammen. Wie war eure Fahrt? War ganz angenehm. Alles war gut. Wie lange warst du unterwegs? Schon so von acht bis... Ja, vier Stunden. Wow, vier Stunden. Das geht jetzt was gut. Ich mache mal vor. Ja. Das geht ja nicht immer höher. Okay, jetzt zusammen. Ja. 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 Achte darauf, dass alles gleichmäßig rauskommt. Also Jani nicht so la 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 la. Sondern so. La 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 la. Und wenn du hoch gehst, dann... Verstehst? Für die Leute dort auch. Ich höre nur zu. Kostenloses Abonnement für Gesangsunterricht. Wenn du auch. auch. Ali Amor. Ah, u, ah, u, ah. Ah, u, ah, u, ah. Ah, u, ah, u, ah. Wenn du uuuh machst, du ruhig uuuh machen. So riefen uuuh. Dann kommt das auch weg. Ah, uuuh, ah, uuuh, ah, uuuh, ah, uuuh. Ah, uuh, ah, uuh, ah, uuuh, ah, uuh, ah, uuuh, ah, uuuh, ah, uuh, ah, uuuh, ah, uuh, ah, uuuh, ah, uuh, ah, uuh, ah, uuh, ah, uuh, ah, uuuh, ah, uuh. Bon Bon. Ed, and this is Bon's Bon. Dan Dan. Bet you want to taste that? Bon Bon. Bet you want to taste that? Ed, this is the Dan Dan Dan. Weißt? Ja, okay. Lass dich mal kurz hören. Musik Ich mach mal, ich hab's Kack ausgesprochen Bechtel Okay, let's go, oder? Bist du bereit? Deine letzte Chance heute Und los geht's I want your love, that's the intimate guarantee I didn't say I'm doing it, yeah Because I'm doing it Andiamo, oh 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 Andiamo, oh 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 Andiamo, oh 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 yeah Yeah, yeah Andiamo, oh 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 yeah Yeah Noch einmal Okay Ah, oh 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 Andiamo, oh 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 yeah Yeah Good Was geht Was geht Bleib noch ein bisschen da Hey Kurum show bin in Rook Ein bisschen Ich muss sagen Kurum show bin in Rook Ein bisschen Chabornet, Chabornet Tregon, che sa si mi ba Ein bisschen kurdole, kurdole Nein Es ist Aura 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 Cocaína Aura 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 Nein, das war nicht gut. Ich kann nicht. Wir müssen alles abbrechen. Wir können nicht mehr. Okay, Jungs. Wann kommt der Zug? Wir müssen alle nach Hause. Ja, tief gegangen, sorry. Sorry. Ist kein Ding, Mann. Wir nehmen das rein. Kostet nur ein bisschen mehr. Sogar fast so gut wie er. Das muss was heißen. Das muss echt was heißen. Verstehst du dich mal? Hey. Hey. Okay. Hey. Sorry. Ich bin los 근데 Baden. Ich bin los aber auch hier. Ich bin los von dir. Heiß ich von dir. Ich bin los von dir. Und ich habe den Weg, mit mirer. Und amndo me, muestra el camino que yo voy. Quiero bebalar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, verne. Quiero sobrepasar tus zonas de peligro. Que la 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 has tenido, y que me olvides tu pedido. Pasito, pasito, suave, 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 no vamos vegano, poquito, poquito. Yeah man! Schalz en abril, was los hier? Aha, Miss Mannheim 2015 ist auch angekommen. Ist auch das Pasito? Er sagt, du sollst vorsichtshalber das Kabel mitnehmen für das Mikrofon. Okay, ich nehme das Kabel mit. Hast du gehört? Ja, ich hab's wirklich jetzt gehört. Du musst es noch mal wiederholen oder? Nein, nein, du kannst es einmal so sagen. Wollen wir schon mal die Sachen ins Auto fahren müssen? Auf jeden Fall habe ich gerade den ganzen Kleiderschrank auseinandergeräumt, um irgendwelche Klamotten zu finden. Hey, mag ich, mag ich, du bist so magisch, du willst sowas nicht. Hey, mag ich, mag ich, du bist so magisch, du willst sowas nicht. Was sagst du so in dem Ort, wo wir hier sind? Schmeckchen dir will! Schrecks-Uni! 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 Schrecks-Uni, Schrecks-Uni, Schrecks-Uni Nein! Schreicks-Uni, Schrecks-Uni Impostment des Eten, Schrecks-Uni Eli Schrecks-Uni, Schrecks-Uni So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Videodreh, also zu den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Dort drehen wir das Video zusammen mit unserem Chauffeur und gleichzeitig Produzent. Danke, das ist ein Schöpö. Das und das, Ananas und so, macht er Faxen hier und denkt, was zu sagen oder was? Junge, ich zahle jetzt 10 Euro für die Fahrt, der kann eine Autobahn. Gar nichts. Dann fahren wir. Okay. Und ihr beiden, wer seid ihr eigentlich? Bist du? Wart ihr auch hier? Nein, ich bin Schkelzen-Offizial, ich fass. Oh, ist das dieser eine da? Dieser Albaner oder was? Bist du Albaner? Nein, ich bin nicht. Nein? Was bist du? Argentina. Ach so, ich sag mal, was bist du für eine Landsfrau? Alles klar, okay. Auf jeden Fall. Ja, irgendwo hier müsste es so ein Benz nehmen. Ich glaube, das ist sogar sein Benz. Der Hund hat einfach ein Benz. Auf jeden Fall, ja, Leute. Wir sind jetzt so quasi angekommen, falls wir richtig sind. Jetzt geht's los! Okay. Womit denn? Mit unserem Video. Mit unserem Video. Eigentlich wollten wir Bäder dir jetzt hier lassen und wieder wegfahren. Was sagst du dazu? Zu was? Keine Ahnung, keine Ahnung. Freche Haare hast du? Frechen. Alter, wer ist das? Habt ihr schon mal Fahrradfahrer gesehen? Live in Action, Leute. In der Wildnis. Wirst du noch was sagen? Okay. Peace out. Danke. Hallo! Ey, ich kann das Fenster nicht mehr hoch machen. Was kann sein? Okay, danke dir. Let's go outside. BAH BAH! Orasso, hey! Okay, was geht ab? Ja? Alles gut? Bist du Bäder? Nein, ich bin Bäder. Ach so, du bist Bäder? Ja, wie geht's dir? Alles gut? Alles klar bei dir? Unser Kameramann, Leute, mit freshen Puma-Schuhen, oder? Nein, Nike, Adidas? Gar nichts? Kein zum Beispiel. Wie geht's dir? Ha? Ja? Bist du bereit? Kannst du alles sonst auswendig? Ich muss ja alles singen, ne? Ich hoffe, weil du musst es. Wir hoffen es. Ha, 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 ha! Ich schrei die Reihenfolge einfach rein. Oh, man hat Ideo, man hat Filmege gesagt, Kune und so. Alter, mir gehört dieser stabile Laptop mit YouTube und so. Ist das ein YouTuber? Ja, und hau rein! Stell dich hin! Die Jungs gerade beschäftigt mit Optik und so. Okay, let's go. Hey, sorry, sorry. Ich muss nur ganz kurz abrechnen, Bruder. Du bist in dieser Kamera zu sehen. Ich weiß, ist nicht schlimm. Ich weiß, ist nicht schlimm. Jetzt hab ich alles zerlegt, sorry. Wir haben das Video fertig, Leute. Aktiv, Kameramann hat abgesahnt. Er hat rasiert, offiziell. Ganz Deutschland gehört jetzt hier. Ich muss auch mal sagen, auch eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den beiden hier. Richtig stabil. Und wir bedanken uns auch an Wettert, der uns diese Möglichkeit gegeben hat. Sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall, hat mich mega gefreut. Außer, danke. Wir sehen uns auf jeden Fall bei einem nächsten Video. So, Freunde, da bin ich wieder. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Vlog gefallen hat. Es war eine mega witzige Sache auf jeden Fall. Hat mega Spaß gemacht, Leute. An dieser Stelle gehen Grüße raus an Schkelsen, an Florentina, an Sohail, beziehungsweise bei Unique Pictures natürlich und an Hike Productions. Auf jeden Fall, das waren alle Jungs und Mädels, die an dieser Sache beteiligt waren, Leute. Geht auch gerne auf deren Seite, geht auch auf deren Kanäle, dies und das. Und supportet sie. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, vergisst nicht einen Daumen nach oben zu geben, damit ich sowas öfters mache. Oder wenn es euch gelangweilt hat, könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, Leute. Danke für meinen Support und bis zum nächsten Video. auf jeden Fall. Das ist mindestens 200 Millionen Klicks wert.